Ich muss berichtigen, kann mich nicht erinnern, dass ich gesagt habe, Sie machen sich lächerlich. Ich weiß, dass er ihre Situation gerettet hat, weil ich war so geschockt nach dem Telefonat, wo er mir die Überraschung gesagt hat, mir ist wirklich die Sprache weggeblieben, ich konnte es gar nicht fassen. Und in dieser Pause, die für ihn auch nicht ganz lustig war, sagte er, aber Frau Ostermeyer, das ist doch eigentlich was sehr Schönes. Und so hat er uns ernannt den Schock über die vielen Tage, die seit dem Vergangenen sind, wieder runtergebracht. Und ich habe heute den ganzen Tag darüber nachgedacht, wie oft habe ich mich eigentlich in meinem Berufsleben verbeugt. Und dem Publikum Danke gesagt, eigentlich war immer so ein kleiner Schatten von Nichtfreude, warum ist das wieder nicht gewesen? Warum ist der Musikeinsatz wieder zu spät? Warum ist das Licht nicht weggegangen? Warum habe ich mir da wehgetan in dem Tisch? Ich kenne doch die Dekoration. Und dann merke ich, dass es mir heute wunderbar geht, ich fühle mich wunderbar, mir geht es wunderbar. Und ich nehme die große Ehre ganz einfach an, bedanke mich. Ich bedanke mich bei der wunderbaren Jury, die die große Mühe hatte, das alles anzuschauen. Und ich bedanke mich bei Ihnen beiden, kann man gar nicht hören, aber es ist schwer zu hören. Und natürlich beim Publikum. Vielen, vielen Dank.